Der Traum dieser jungen Dame ist, Konzertpianistin zu werden. Als Werbestrategie lud sie ihr Video einer Sonate von Beethoven auf der Plattform Pübner hoch. Das globale Pionierprojekt entwickelt von fünf Unternehmern aus Córdoba möchte die Träume begabter Künstler erfüllen. Es richtet sich an Musiker oder Chefköche, die gratis und einfach ihre Fähigkeiten zeigen wollen. Sobald das Video hochgeladen wurde, müssen die Talente nur noch 300.000 Zuschauer in einem Jahr erreichen, um als Sieger herauszugehen. 2014 zählte die App bereits 24 Millionen Besucher in mehr als 190 Ländern und erhält mehr als 100.000 Besuche täglich.